Willkommen zurück hier bei Let's Play Mafia in der letzten Folge. Okay, haben wir hier schon mal angefangen, ähm... Ja, die Party zu sprengen, um es nett auszudrücken und, ähm... Ja, wir müssen hier irgendwie dann lebend runterkommen aus dem Weg. Was, was hat der da? Hat der da ein Brot? Oder ist das Käse? Ich weiß es nicht. Ähm... Ja, ich höre mich vielleicht noch komischer an als gestern. Ähm... Vielleicht auch nicht. Ich hoffe nicht. Ähm... Hast du den Schlüssel für das Klo auf dem oberen Deck? Äh, äh, der Schlüssel fürs vollgekotzte Klo. Den hat der Erdrucksschwimmer. Der muss hier irgendwo sein. Okay, ähm... Hast du den Schlüssel zum Klo auf dem oberen Deck? Nervt mich nicht. Ich hab hier viel zu tun. Ja, ja, das sagen sie alle hier irgendwie. Äh, ja, wir müssen das alles irgendwie hinbekommen. Ist hier der Eimer? Ja, perfekt. Gut, den Eimer haben wir dann schon mal. So, der Dude müsste eigentlich weglaufen, oder? Hä? Also ist er das doch? Das ist halt really derselbe Typ, der uns eben weggesteucht hat. Ich verstehe den Sinn dahinter einfach nicht. Na gut, ähm... Ja, wird schon irgendwie. So. Dann viel Spaß. Wen meint er mit Süße? Meint er die Waffe? Uff. Okay. Das merkwürdig. Da liegt sie ja. Perfekt. Ähm... Eimer. So, leere Hände. Den Eimer lasse ich da jetzt einfach mal drin, würde ich sagen, oder? Ja. Und dann müssen wir die Zeit wieder so ein bisschen überbrücken, bis wir den Typen umlegen können. Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wann wir das genau machen. Genau. Der ist schon am kotzen, alles klar. Wo ist der denn hin? Ach so, da vorne kommt der gerade. So, hier, jetzt nimm deinen Kackschlüssel. Siehst du, so einfach ist das. Nicht übel, du könntest deine Putzkolonne gründen. Klar. Und dich nehme ich als Wischmau. Perfekt. Gut. Ähm... Ja. Jetzt sind wir schon oben und, ähm... Ja, hier sollte dann gleich die Rede stattfinden. Die Sache ist, die Leute stehen halt alle so richtig krass beschissen. Dass es nicht so easy ist, dann einfach irgendwelche Leute umzunieten. Das ist das Zimmer des Stadtrats. Cool. Danke für die Info. Boah, was trägt der da durch die Gegend? Ist das Brot? Es könnte auch Schinken sein oder Käse. Ich bin mir echt nicht sicher. Was soll das sein? What the fuck? Ist der auf der Suche nach uns? Manche von den Damen sehen traurig aus. Die bräuchten einen Kerl wie mich. Ja. Oder so ähnlich. Naja, immerhin kommt der dieses Mal nicht zu uns und ruft dann wieder durch die Gegend. Mörder. Mörder. Okay. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Mann, das ist so dumm. Ähm, Moment. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich muss dich kurz verhauen. So. Der hat auch eine Waffe. Moment, den muss ich auch kurz verhauen. Also ich glaube, dass er eine Waffe hatte. Ähm, hallo. Tschüss. So. Irgendwo hier war doch Dingens. Er ist schon hier. Aber wie soll ich da jetzt runterkommen? Achso. Ja, macht Sinn. Wiedersehen. Das war lustig. Mhm. Mhm. Okay, alles klar. Verdammter Glückspilz. Wäre es das denn jetzt? Oh Mann, ich sage euch, heute ist irgendwie alles total komisch. Ich bin auch irgendwie mit den Gedanken gerade wieder komplett woanders. Aber ich will halt jetzt einfach weiter aufnehmen. Party-Massaker. Tom hat es geschafft. Jetzt haben sämtliche Politiker in der Stadt Angst. Niemand will wie der Stadtrat enden. Gute Arbeit, Tom. Aber das war noch nicht alles. Jetzt wollen wir Morellos rechte Hand. Seinen Bruder, Sergio Morello Junior. Er kontrolliert die Gewerkschaften in der Stadt. Sein bestes Pferd ist die Hafenarbeitergewerkschaft. Dank derer er praktisch alle Importe in die Stadt kontrolliert. Töten wir ihn, fällt ein großer Teil von Morellos Einkünften weg. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen, Boss. Sergio isst normalerweise im Restaurant Italian Garden. Im Restaurant ist ein Telefon und eine Telefonzelle auf der anderen Straßenseite. Du gehst die Telefonzelle, rufst im Restaurant an und sagst, dass du Sergio sprechen möchtest. Ich stehe dann mit einer Thompson vor dem Restaurant. Und wenn Sergio zum Telefon geht, puste ich ihn um. Dann müssen wir nur wieder zum Auto und schnell verschwinden. Na, was meinst du? Ja. Schätze, mit dem Telefon komme ich klar. Na dann los, Jungs. Vincenzo versorgt euch mit Waffen. Uh, das ist ja so eine richtig fiese Mafia-Art. Ich muss aber gestehen, feiere ich irgendwie. Das klingt echt lustig. Will er jetzt erstmal die Waffen holen? Anscheinend schon, ne? Na gut. So. Hi. Vincenzo, ich brauche eine Thompson. Und irgendwas für Tom hier. Okay. Ach Mensch. Da ist sie ja gerade dahin gespawnt. Was ein Glück. Und zwei Sachen auf einmal kann er auch nicht nehmen. Liebe Jungs, ich grücke euch die Dorn. Danke. Ja, äh. Danke. So. Jetzt brauchen wir nur noch ein Auto. Ich frage direkt mal den Typen. Hallo. Ähm. Ich möchte kein Auto entfernen. Muss er das wieder machen? Hallo, Ralfi. Wir brauchen einen Wagen. Hey, hey. Ich habe hier einen neuen Terraplan. Ein anständiges und bewusstes Auto. Bitte gefallen, Pauli. Es hat ein neuartiges... Schloss. Aber mit etwas... Kaptieren ist das kein Problem. Einfach so. Ganz leicht. Reindrücken und... Wow. Großartig. Einmal los, Tom. Okay. Ich habe keinen Plan, was das für eine Karre ist. Aber, hm. Okay. Dann steig mal ein. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wo wir hin müssen. Verdammter Glückspilz, heißt das vielleicht irgendwie, dass der Typ überleben wird oder so? Ich hoffe ja nicht, ne? Bären, bisschen ungünstig. So, das ist sogar gar nicht mal so weit weg. Hm, okay. Dann fahren wir am besten quasi durch die Unterführung. Jo. Aus dem Weg. Und dann einfach nur noch rechts. Und dann ist das ja auch schon quasi direkt rechts. Aber das klingt auch nach so einer richtig fiesen Mafia-Art, den so ans Telefon zu holen und dann... Jo. Dann Eskalation zu schieben. Ich bin echt gespannt. So. Da steht schon wieder ein Polizist. Der hätte uns wahrscheinlich auch schon wieder angeschnauzt. Und da vorne sind auch welche. Direkt vor uns in der Unterführung. Ähm. Hallo. Rechts überholen ist hier anscheinend nicht verboten. Günstig. So. Jetzt die nächste nach rechts anscheinend. Oh man, ich hab mich immer noch nicht ganz da dran gewöhnt, dass das Spiegel verkehrt ist. So. Gut, hier scheint es da irgendwo zu sein. Okay, hier ist die Telefonzelle und das wird dann das Restaurant sein. Italian Garden. Wir sind da, Tommy. Halt an! So. Okay. Ich stehe vorne. Du musst von der Telefonzelle sagen, du willst Sernjul sprechen. Beweilte ich ihn erledigt habe, steigst du ein und wachtest. Klare Sachen. Okay. Hier. Ähm, äh, ich möchte mit Mr. Sergio Morello sprechen. Augenblick. Kumpel, Mr. Morello ist heute nicht hier. Hör du! Teufel! Polly! Das ist der Falsche! Polly, los jetzt! Morello ist nicht hier! Ja, moin. Ähm. Wen sollen wir abschütteln? Ach, die Morello-Typen. Das war nicht Sergio. Sergio war heute gar nicht da. So Mist, jetzt hilf sie mit der Scheiße! Wir müssen zurück zu Sernjul. Ja, erstmal soll ich die Typen hier abschütteln. Gigi. Oh, Mann. Jetzt gibt's hier ne Schießerei durch die ganze Stadt und dann auch noch mit so ner langweiligen Karre. Ach, wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung. Deswegen wollen die mich dran kriegen. Der Rest ist ja anscheinend irrelevant. Sind die da runtergefallen? Wäre mir recht. Ich fahr erstmal einfach weg. Ja, die Geschwindigkeitsüberschreitung ist natürlich wichtig. Ähm, dass hier auf der offenen Straße rumgefeuert wird. Das ist natürlich Wayne. Wer kennt's nicht? So, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie kommen wir dorthin zurück? Ähm. Ja. Wir müssten hier abbiegen. Hier. Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch. Das sollte stimmen. Sind die nicht genau da runtergefallen? Ähm. Naja. Egal. So, und jetzt hier in diese Richtung. So. Aus dem Weg, Bitch. Da haben wir jetzt echt genau den falschen umgenietet. Finde ich aber leider ein bisschen lustig. So, jetzt müssen wir hier hin. Und jetzt müssen wir hier hin, oder? Ja. Das sieht richtig aus. So, und dann ist da auch schon wieder die Unterführung. Und dann könnten wir da direkt links. Gut. So, hier ist dieses Mal immerhin keine Polizei. Das ist ja immerhin schon mal ein Vorteil. Und das ist einfach wieder so fucking warm. Es ist unglaublich. Oh, oh. Polizei. Ach, komm. Dieses Mal bezahlen wir in aller Ruhe. Ja, heul doch. Meine Güte. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Lass mal rüberwachsen und, äh, ja. Boah, es ist so dumm. Und er steht da mit der Waffe daneben und keiner sagt was. Ja, moin. Es ist so dumm. Solange ich die Waffe nicht selbst in der Hand habe, ist es denen irgendwie egal. Naja. Dieses Spiel und seine Logik, ne? Auch jedes Mal muss da eine Straßenbahn stehen, wenn ich um die Ecke komme, ey. Es ist nicht wahr. Und die Karre ist irgendwie auch ziemlich scheiße. Also entweder ist die kaputt, oder die ist einfach schon aus Prinzip kacke. So, perfekt eingeparkt hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, cool. Ärgere dich nicht, Tom. Das passiert auch den Besten einmal. Vincenzo und ich haben uns einen neuen Plan ausgedacht. Biff hat uns gesagt, dass Sergio eine Geliebte hat, mit der er viel Zeit verbringt. Dort muss er heute sein. Vincenzo hat eine kleine Überraschung für ihn gebastelt. Wir müssen das Ding nur an seinem Auto anbringen, während er sich drinnen amüsiert. Das stimmt. Du musst diese Bombe einfach nur unter seinem Wagen platzieren. Dann kannst du die Show genießen. Sergio haut normalerweise um vier ab. Also los. Dieses Mal muss es klappen. Die Geliebte wohnt in einem Haus in Oakwood. Wir sehen, ob er da ist, wenn sein teurer kleiner Sportwagen vor dem Haus geparkt ist. Leg die Bombe unter den Wagen. Das klingt schon besser. Ich bin unterwegs. Boah, das ist ja auch schon wieder so eine richtige Mafia-Art. Aber ehrlich gesagt hat mir die vorhin besser gefallen. So eine Autobombe ist schon, das ist schon echt mies. Ich weiß nicht, kann ich jetzt dieses Mal einfach eins von meinen Autos nehmen oder muss ich eins von seinen nehmen? Sieht irgendwie so aus. Hier ist ja dieses Mal kein Auto ready. Dann würde ich eigentlich... Oh, die parken hier jetzt schon in zweiter Reihe. Uff. Dann würde ich wieder mal das hier nehmen. Einfach nur, weil das relativ flott ist. Und tatsächlich auch relativ wendig. Das ist krass. Obwohl das einfach so übel lang ist. So. Das funktioniert dieses Mal schon mal. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Wo müssen wir hin? Wieder ans andere Ende der Stadt. Ich glaube in dieser Richtung war der Dings, oder? Ist das hier nicht die Dings, wo ich immer durchfahre? Die Gasse? Ja, oder? Ja, das sieht gut aus. So, aus dem Weg, Bitch. So, ich glaube es wird sogar direkt die dritte Insel sein. Also könnten wir theoretisch einfach direkt über die große Brücke fahren. Boah, ich mag das Auto richtig. Das ist einfach viel, viel schneller als die anderen. Gerade diese ganzen kleinen Autos kommen ja einfach so überhaupt nicht aus dem Quark. Und hier passiert wenigstens ein bisschen was. Oh man, Polizei vor uns. Ups. Das ist dieses Mal anscheinend kein Vergehen. Ach komm. Da nehme ich direkt die Dings raus und direkt ist es ein Vergehen. Ja, moin. Wisst ihr was? Wir könnten die eigentlich auch ganz kurz einfach mal so kurz Dingsen. Wir könnten die trollen. Hallo. Tschüss. Okay, die sind jetzt erst in der Karre drin. Die haben wir natürlich echt ganz gut getrollt. Und jetzt fahren wir hier mit fast 100 durch die Stadt. Ja, auch sehr verantwortungsbewusst. Aber wir müssen vor der Polizei entkommen. Die sehen mich hier nicht. Die sehen mich hier nicht, oder? Ach komm, als ob die mich hier sehen. Na, das kann ja auch wieder lustig werden. Okay, ich lasse die jetzt wieder aussteigen. Hallo. Keine falsche Bewegung. Doch. Wiedersehen. Oh damn. Oh damn. Aus dem Weg, bitches. Oh damn. Na, das kann ja noch lustig werden. Ich hätte da am besten abbiegen sollen. Das wäre gar nicht mal so dumm gewesen. Aber so geht es ja jetzt auch. Ja, moin. Die sind mir einfach immer noch auf der Spur. Ihr seht mich doch gar nicht. Okay, wir müssen wieder auf die andere Insel flüchten. Ja, moin. Es war sogar, obwohl der Unfall war gar nicht mal so schlimm. Uff, das ist ja jetzt echt voll die krasse Polizei-Verfolgungsjagd, ey. Oh damn. Jetzt sind es schon drei Autos. Gib doch Gas, Auto. Uh, der ist geflogen. Den haben wir aber komplett aus dem Leben befördert. Oh damn. Oh damn. Oh damn. Los, Auto. Gib Gas. Das packen wir jetzt nochmal in die Folge mit rein. In dem Auto sitzt aber, glaube ich, nur einer drin. Vor allem, als ob der hier die Brücke schneller hochkommt, als wir mit dem 16-Zylinder-Ding. Falls das überhaupt 16 Zylinder hat. Ich hätte es halt irgendwie nur vier oder so. So, jetzt geht's bergrunter. Das ist mein Steckenpferd. What the fuck, man? Ich wurde einfach hinten abgedrängt. Wie? Okay, ich mach hier wieder ein bisschen auf Troll. Wiedersehen. Tschüss. Boah, da kommt echt instant noch ein Auto, ey. Es ist doch nicht wahr. Okay, die sind wir auch los. Gar nicht mal so schlecht. Boah, ich hoffe... Ach nü, da höre ich doch schon wieder irgendwelche. Och nü. Och nü. Ach, ich weiß es nicht. Wie soll ich denn jetzt flüchten? Ich fahre jetzt hier auf diese komische Baustelle und überfahre diesen Polizisten. Der nervt. So. Oh, damn. Okay. Die sind hier halt auch einfach überall und als ob die mich alle sofort erkennen. Es macht einfach keinen Sinn. Wir packen das jetzt nochmal in die Folge mit rein, wie ich hier irgendwie versuche zu flüchten, aber... Tschüss. Oh man, ich sag's euch. Es kann doch nicht wahr sein. Bier, hier läuft jetzt wieder ein Polizist lang. Aus dem Weg, Bitch. Ich fahre nicht zu schnell. Ich fahre nicht zu schnell. Wenigstens im Moment nicht. Ich mach mal kurz die Begrenzung rein. Hä? Ist die... Ist die... Äh... Besuchtleiste nicht eben schon ein bisschen runtergegangen? Kann ich mit dem Auto wohl da hochfahren? Sieht so aus. Gut, dann verstecke ich mich jetzt hier oben. So. Sollte das jetzt nicht irgendwie runtergehen? Okay, ich würde sagen, ich setze einfach an der Stelle mal einen Cut. Jetzt geht's auch ein bisschen runter. Äh, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, ähm, ob wir diesen Typen erledigt bekommen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.